Einer unserer Lokalhelden heißt dieses Mal Kai-Uwe Tegenkamp. Der 22-Jährige wird im Oktober eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Malteser Hilfsdienst in Vechta beginnen. Neben dem Thema Ausbildung geht es in der neuen Ausgabe der Lokalhelden auch um besondere Tipps für den Stoppelmarkt, dem Lokalhelden-Soundcontest-Finale im Gullfhaus und wir haben für euch Spaghetti-Gerichte in elf Restaurants getestet. Die Lokalhelden bekommt ihr in allen OV-Geschäftsstellen, bei bekannten Einzelhändlern, Gastronomen und auch als E-Paper auf www.lokalhelden.de